Herzlich willkommen, ich bin Elske von Genau mein Wein und mein Motto ist Erweitere deinen Horizont, werde Weinrevoluzzerin. Hast du Lust auf mehr Einfachheit im Weinsortiment? Also hast du Lust auf mehr Einfachheit bei der Orientierung im Weinsortiment? Und möchtest du abwechselnd von diesem langweiligen Weinschnösel-Getue? Und hast du Lust auf mehr Sicherheit im Umgang mit deinem ganz persönlichen Weingeschmack und auch im Umgang mit deinem Wissen bezüglich Wein? Dann finde heraus, welcher meiner Weingeschmackstypen deiner ist. Und es ist nämlich so, ähnlich wie du einem bestimmten Typ Mann gerne hinterher guckst, so findest du auch so einen Typ Wein besonders gut. Und du kannst das rausfinden mit meinem Weingeschmackstypen-Paket und zwar auf eigene Faust. Ich stelle dir das heute vor. So kommt es zu dir nach Hause in einem Weinversandkarton. Obendrauf sind erstmal, wenn du es aufmachst, ein paar Unterlagen. Das ist so das kleine Päckchen, was obendrauf liegt. Du bekommst den Weingeschmackstypen-Guide. Darin erkläre ich kurz, worauf du achten kannst, um deinen Geschmack ein bisschen zu schulen, wie du die Weinprobe für dich oder für dich vorbereitest. Hier hast du Notizplatz für deine Notizen. Und am Schluss erkläre ich dir auch, wie du deinen Weingeschmackstyp herausfinden kannst. Beschreib die einzelnen Typen im Detail. Und ich gebe dir auch noch mal eine Handleitung, wie du dann dein Wissen in die Tat umsetzen kannst. Dann ist hier noch drin das Aromarat. Das ist das offizielle Aromarat vom Deutschen Weininstitut. Ich zeige das mal, wie das aussieht hier. Das sind ein Aromarat für Weiß und eins für Rotwein. Da stehen zum Beispiel Worte drauf wie Mandel, Paranuss, Karamell, Brioche, getoastetes Holz. Das hilft dir einfach, besser Worte zu finden für diese Geschmackssensationen auf deiner Zunge. Denn Weinbeschreiben ist eigentlich wie eine Sprache lernen. Du brauchst nur Vokabeln für das, was du schmeckst. Genau, dann gibt es hier eine kurze Übersicht, welche Weine im Paket sind. Und zwar sind das sechs Weißweine und sechs Rotweine. Das stimmt nicht. Drei Weißweine und drei Rotweine, insgesamt sechs Weine. Hier sind die drin. Und die Weine sind alle aus kontrolliert biologischem Anbau. Das ist mir sehr wichtig, weil Nachhaltigkeit einfach ein total hoher Wert für mich ist. Und die Weine kommen alle von Weingütern, die ich auch kenne, wo ich auch die Winzer oder die Winzerfamilien kenne. Es sind alles deutsche Weine und es ist auch alles aus kontrolliert biologischem Anbau. Das habe ich ja schon gesagt. Ja, das ist das Handwerkszeug für dich, um deinen Weingeschmack zu entdecken, deinen Weingeschmackstyp zu entdecken. Und ich schließe mit meinem Claim und auch meinem Wunsch für mich. Erweitere deinen Horizont. Werde Wein-Revoluzerin. Schreib mir eine Nachricht, wenn ich dir ein Paket reservieren kann und ich freue mich, von dir zu hören. Schreib mir eine Nachricht, wenn ich dir ein Paket reservieren kann und ich freue mich, von dir zu hören.